Juhu, wir haben es endlich geschafft. Ja, der Boss ist down hier auf Ragnarok und damit habe ich jetzt die letzten Tech-Engrams bekommen, die mir noch fehlten. Ich kann euch das mal zeigen hier, jetzt habe ich endlich alle, endlich, hat ja nur, ja ich weiß nicht, so gut ein halbes Jahr habe ich jetzt gezockt, um das zu schaffen. Ja, war schon ordentlich. Hat aber auch viel Spaß gemacht und endlich habe ich mein Ziel erreicht, jetzt bin ich halt für Aberration vorbereitet. Ja, was haben wir denn dann jetzt noch bekommen, ne? Habe ich ja schon so oft erzählt, aber hier zum Beispiel das Vakuum-Kompartment mit dem Moonpool, die Tech-Chest-Piece, also der letzte Teil noch von der Tech-Brust. Hier der Tech-Shield, was es ja hier auf Ragnarok zu holen gibt, ne? Den Tech-Teleporter und die Cloning-Chamber. Ich glaube, das war es, ja. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen vorbereitet, den Tech-Teleporter, den habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil der ist halt sehr teuer, seht ihr ja, der kostet 2500 Metallbarren und 1200 Polymer. Und da muss ich halt zwei von herstellen, um das auszuprobieren, ne? Ja, deswegen, das wird wohl noch ein paar Tage dauern. Ja, dann muss das saures Tech-Satteln, na gut. Machen wir einen anderen Mal, egal. Jetzt, ich habe halt ein paar von den Vakuum-Kompartments mit Moonpool gebaut, endlich, um die Unterwasserbasis hier mal vernünftig halt irgendwie einen Einstieg ins Wasser geben zu können. Ja, da gucken wir uns jetzt mal an. Und, ja, die Tech-Rüstung, ne? Ich habe mir hier mal eine gemacht. Ja, ich sehe jetzt aus wie so ein rosaner Power Ranger. Ich habe die einfach mal komplett in rosa gefärbt. Ja, ich habe mir die ganzen Sachen mal gemacht. Also, wir hatten ja sowieso schon fast alles davon, ne? Ich musste jetzt noch das Schild und die Brust musste ich mir halt eben machen. Da mein Plan sowieso langfristig ist, hier auf Ragnarok nicht länger zu verweilen, da wir hier alles geschafft haben. Ich will es wieder auf Island und da uns dann, wollen wir uns halt der Tech-Cave widmen. Deswegen habe ich jetzt hier noch ziemlich viel Element, weil ich hier verbraten kann. Und deswegen kann ich jetzt hier mal ein bisschen mit der Tech-Rüstung rumspielen. Juhu, endlich mal rumspielt. Habe ich halt gerade schon, ne? Uh, ich habe hier schon einiges rumgespielt, ja. Ja, na gut. Was kann ja die Tech-Rüstung so, ne? Ah, ja, einiges, einiges. Also, jeder Vakuum-Kompartment mit dem Moonpool, ne? Ist klar, ist einfach nur dafür da, um hier ins Wasser eintauchen zu können, ne? Jetzt muss ich hier nicht immer so einen Eingang öffnen und wieder schließen. Ja, jetzt seht ihr schon hier, die Tech-Rüstung bietet mir halt den Vorteil, dass ich halt unter Wasser auch atmen kann. Ja, supergeil. Die ist also auch Taucheranzug in einem, ne? Und jetzt passt mal auf hier. Ah, man kann damit sogar unter Wasser richtig beschleunigen. Ja, besser wie schwimmen irgendwie, ne? Also, ja. Und jetzt kommen wir, jetzt gehen wir mal aus dem Wasser raus, ne? Im Wasser kann die Tech-Rüstung nicht so viel. Aber. Juhu, jetzt, jetzt, jetzt. Endlich kann ich fliegen. Endlich kann ich fliegen. Ah, finde ich sehr, sehr geil. Ich habe da jetzt mal ein bisschen mit rumgespielt, ne? Wie denn die Steuerung so funktioniert. Ne? Man kann auch tatsächlich so hovern. Habe ich schon sehr viel Spaß damit gehabt. Uh, da werde ich gleich im Stream auch noch sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, noch so ein paar andere coole Funktionen, ne? Durch die Stiefel kriege ich halt keinen Fallschaden. Egal, wie tief ich fall. Ähm, ja. Deswegen kann man sich immer fallen lassen, ne? Aber warte, hier dann über den Jesus-Style-mäßig über den Wasser rennen, finde ich halt geil. Ah! Ich finde es einfach geil. Ja, das kann man natürlich auch in der Luft machen. Mal eben umdrehen. Ja, das umdrehen ist nicht ganz so einfach. Hey, wo bin ich? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, ja, okay. Ich habe hier gerade, ja gut, den Helm habe ich gerade aktiviert. Machen wir gleich. Erstmal wieder ausmachen. So. Jetzt wieder auf, auf und davon. Durch die Schallbauer. Ich finde es einfach nur geil. Ja, das ist also der Vorteil des Jetpacks, ne? Dadurch kann man halt fliegen. Ja, und das sogar dann auch ziemlich schnell, ne? Ich zeige Ihnen nochmal eben noch so ein paar andere coole Sachen. Da, jetzt erstmal hier wieder. Bäm, die Bombe! Macht auch Fallschaden, wenn man dann aufschlägt. Ich habe ja mit dem Schwert noch ein bisschen rumgespielt. Man hat ja durch den Handschuhs eh so einen Powerschlag. Und das kann man wohl mit dem Schwert kombinieren. Müssen wir uns hier mal eben irgendwo einen Gegner suchen. Nachher werde ich hier auch noch ein bisschen Randale machen gehen, glaube ich. Mal die Tech-Rüstung ausprobieren. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder das Schwert wegpacken. Sonst kann ich nicht schnell fliegen. So, okay. Gucken wir mal eben, was haben wir denn hier? Hier sind doch immer irgendwelche so Drecksviecher. Wo sind sie? Oder da, der Paracer? Nehmen wir den. Oder haben wir hier noch irgendwas? Ah, ich dachte gerade, da ist ein Krokodil. Dann kommt irgendwas anderes hier noch. Ja, nehmen wir halt den Paracer. Wollt mal zeigen, was das Ding so an Damage macht. Also erstmal der Powerschlag, ne? Finde ich super geil. Machen wir erstmal so, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Bäm! Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen Agro auf mich. Was? Und hier ist noch einer. Ihr seid alle Agro auf mich. Ja, dann kommt doch! Kommt doch! Ach, jetzt kämpfen die gegeneinander. Ne, ihr kämpft doch alle gegen mich. Treff ich den? Oh, schon tot. Ich glaube, der wird plattgetrampelt von ein paar Racer, ne? Da, jetzt habe ich mit dem Schild geblockt. Nice! Oh, hier sind glaube ich noch Pegomastaxe oder so. Ja, gut. Viel Schaden macht er jetzt nicht, ne? Okay, hätte ich meine Eisenrüstung an, wäre es besser. Und Trodon. Oh, 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 oh. Nicht, dass ich jetzt hier noch mit der Powerrüstung eingehe. Ich mache lieber einen Schuh. Komm, hebe ab, hebe ab, hebe ab. Oh, ich werde gleich ohnmächtig. Ich bin ohnmächtig. Nein! Na gut. Komm schon, sing schnell. Nicht, dass die noch kaputt geht. Ja, das passt schon. Bin da drin auch einigermaßen geschützt. Aber wie gesagt, mehr Rüstung bietet eigentlich eine richtig gute Eisenrüstung. Weil es gibt, zumindest bei uns, und habe ich noch nirgendwo gesehen, von der Powerrüstung irgendwie bessere Qualitäten wie standardmäßig. Ah, jetzt hat er zum Glück abgelassen. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Das ging jetzt ein bisschen schief. Na gut, gehen wir lieber weiter auf die Funktionen ein, ne? Mit dem Schild könnte ich halt einkommende Projektile reflektieren. Und ich denke auch, dass man einen Tech-Schuss reflektieren kann. Na, das müssen wir alles nochmal ausprobieren. Ich wollte euch nochmal zeigen, dass ich jetzt hier endlich meinen Spaß haben kann. Und den werde ich heute auch auf jeden Fall haben. Na gut, habt ihr das gesehen? Das sollte jetzt hier immer noch das Boss-Video sein. Ich werde dann hier nochmal extra was machen zu der Tech-Rüstung. Also dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann ja immer raus damit. Ihr habt ja gesehen, es ist wieder so ein bisschen schief gegangen mit dem Reinporten und so. Das Setup war wieder nicht so, wie wir uns das gedacht haben beim Boss. Aber wir haben ihn trotzdem geschafft. Also der ist super einfach hier auf Racken. Schafft er auch alle. Na gut, dann ich bin raus. Tschüss zusammen.